Man kann schon mal festhalten Dungeons sind cool Verschwindet in 7 Minuten Ist doch nicht schlimm Wir gehen jetzt erstmal zurück zum Lager Bauer Brutkasten Dafür braucht man schon 2 antike Bauteile Boah wir könnten das jetzt theoretisch bauen mit einem Ein Ente hat eine Pistole zur schnellen Fortbewegung Hakt sich am anvisierten Ziel ein Und zieht den Anwender nach Wir bräuchten nicht mehr klettern Für schnellen Hakt sich am anvisierten Ziel ein Und zieht den Anwender nach Verbessert das Modell mit höherer Reichweite Okay höhere Reichweite Dafür brauchen wir aber dann wieder Alter Dafür brauchen wir aber richtig viele Es ist krass Okay passt mal auf Wir stellen mal ein paar Sphären her Davon vielleicht mal so 5 Und von denen dann nochmal auch ein paar Oder so Im Besitz 14 Ja komm machen wir mal hier 5 Und dann gehen wir erstmal schlafen Damit auch die Peils hier Arbeiten können Guten Morgen Alle zusammen Rennen an die Arbeit Neuer Tag Okay Wir könnten natürlich Theoretisch hier noch Eine weitere Zuchtfarm hinbauen Ne Mit B Achso haben wir die noch gar nicht freigeschaltet Ja aber Wie würden wir das denn machen Wir brauchen Vor allem irgendwie Wir brauchen Torte Haben wir die Zuchtfarm freigeschaltet Hallo wo war die Achso das hier ne Oh 15 Nägel 40 Barren Müssen wir doch mal ein paar Nägel Oh dafür brauchen wir aber auch wieder Barren Ja nützt nichts Wir müssen nochmal Erzfarmen gehen 10 Das sind dann 20 Nägel Wir müssen sogar auf 40 Nägel mal gehen Nützt ja nix Und jetzt müssen wir nochmal zu Erz Stellen gehen Ähm Stelle Was war das nochmal mit dem normalen Schild Das haben wir auch noch nicht herausgefunden Was damit gemeint ist oder Normaler Schild Mega Schild Aber gibt es da nicht auch Irgendwo ein normaler Schild Oder so Gut Kasten Hm Da normaler Schild Aha 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 Okay Automatisch nachdem er einige Zeit lang keinen Schaden nimmt Okay normaler Schild Da ist er Produktion beginnen Ja bitte Ach das Spiel ist einfach so gut ey Und wenn ich mir jetzt nochmal vorstelle Dass irgendwie Zusammen online mit Freunden zu spielen wäre Das wäre so mega nice Da liegt ein Ei Aber das Ei brauchen wir eigentlich Jetzt nicht Wir brauchen eher ein Wir brauchen eher Ein Erzvorkommen Naja Müssen wir uns jetzt nochmal ein bisschen hier auf die Suche begeben Nützt ja nix Wie sieht unsere Fang Dingsbums bei dem Bei denen aus Bei den Gumos Habe ich doch gerade gesehen Da Noch nicht voll Das heißt Wir fangen die mal Äh Wo sind sie hin Die sind vor mir weggelaufen Ah die laufen halt auch weg Wie sieht das denn mit den Pinguinen aus Wo sind die Pinguine Da Ah auch noch lange nicht voll Also Pinguine und Gummus brauchen wir auf jeden Fall Hä 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 Hier los Läu Was Als ob wir das nicht getroffen haben Oh Es ist tot Oh no Oh mit einem Schla Na gut Dann fangen wir dich Ah Wir machen dir zu viel Schaden Hier am Rad Ey Wenn wir nicht in den Kopf schießen Sondern einfach so auf den Körper Ja So komm her Jetzt geben wir dir noch einmal ein Mit dem Schwer Und jetzt Da ist noch ein Gumus Und wie sieht das mit dem Fuchs aus Dem Feuerfuchs Ah auch noch lange nicht voll Du willst deinem Freund zu Hilfe kommen Hier oder was Aha Aber zuerst abhauen Huh So Das war ein bisschen Verschwendung mit den Dann mit den Megasphären Aber so machen wir schnelle Erfahrung Schnell viel Erfahrung Erstmal Wir dürfen nicht gegen den Kopf schießen Auf jeden Fall Oh Trotzdem tot Einmal in den Schwanz Nein Okay Das ist natürlich ein Problem Jetzt mit der Armbrust Dann nehmen wir den Speer zur Hand Und sind schon wieder davon abgekommen Was wir eigentlich machen wollten Righty Wir wollten nämlich eigentlich Müssen wir die überhaupt schwächen Ja ein bisschen Wir wollten nämlich eigentlich Erd versammeln Das klappt ja wieder wunderbar Und wir müssen Dann Fünf Gigasphären haben wir in Mache Ja Aber wir müssen auf jeden Fall noch einige Megasphären bauen Bevor wir dann gleich wieder auf Auf Reisen gehen Ja jetzt nehmen wir die beiden noch mit Und dann sammeln wir wirklich erstmal wieder ein bisschen Erstmal ein bisschen Okay Nein Nein Scheiße Alter Ey Verarscht auch noch Das Vieh Oh je Wo kommst du denn her Haben wir dich gerade nicht gefangen oder was Okay Wie sieht das mit dem Vieh aus Da ist es Fehlt uns noch einer Für Damit wir den Fangbonus komplett haben Damit wir den Fangbonus komplett haben Dann machen wir das doch auf jeden Fall Nein 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 Nicht Ja getroffen Wunderbar Komm zurück Obwohl Ne Das sollten wir jetzt nicht nochmal mit einem Dann brauchen wir auch nur noch einen einzigen Fuchs Aua Für Den Fuchsbrunsel haben alle Megasphären verworfen Dann Also fast alle Aber das ist erledigt Wunderbar Ein Fuchs hätte ich jetzt noch ganz gerne Und dann Oh da ist noch Erz Ein Fuchs hätte ich dann nochmal ganz gerne Damit wir das auch erledigt haben Einer geht noch Jawohl So Wie viel haben wir denn? 31 Naja Oh da ist noch viel mehr Erz Aber Das heißt Wir drehen dann auch nochmal einmal um Wir gehen jetzt zum Lager Moment Das ist doch schneller Wenn wir uns jetzt hier porten Dann porten wir uns nochmal hier hin Holen uns die beiden anderen Erzblöcke noch mit Und dann gehen wir mal irgendwie Richtung Und gucken mal wo dieses Alpha Chilette ist Und gucken vor allem mal wie stark das ist Ob wir das dann als nächstes mal machen Mal gucken was wir da für solche Monster Und dann an Loot so alles bekommen Maximal Maximal Go Okay fast fertig Normaler Schild ist fertig Jawohl Versuche Sphäre des Eisvogels Und fange oder besiege Tanking Um Antiktechnologie Punkte zu halten Sphäre des Eisvogels Wahrscheinlich ein Der Name eines Dungeons So Aber Dieser normaler Schild Ist ja sofort ausgerüstet Ach da Der ist sofort ausgerüstet Eine mithilfe von Paldiumtechnologie Entwickelter Mysteriöser Schild Regeneriert sich automatisch Der gibt nochmal Verteidigung mit dazu Das gehe ich immer von aus Oder? Ach hallo Händler Jetzt läufst du so durch unser Zuhause Was hast du denn dir das anzubieten? Elektrotechnikfrucht Bring eine Paldium Ah okay das ist eine Attacke Naja gut Keine antiken Technikbauwerke Wäre auch zu schön gewesen Ja Ey macht mal die Nägel fertig Ähm Einmal ganz kurz hier Alles Weggeben Was wir weggeben können So Den weg Dann wollen wir einmal Das hier Lernen Um etwas Erfahrung zu sammeln Ach so Das ist Erfahrung Ja gut Aha Aha Ist auch gar nicht schwer Das heißt das ist relativ egal Das weg 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 So wir wollten einmal Den Medizin Ach die Medizin sag ich schon Den 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 Werkzeugkasten herstellen Fragt sich nur Das hat hier schon mal Wir müssen nämlich auch mal reparieren Wir porten uns dann jetzt noch einmal Und zwar Und zwar nach hier Jetzt haben wir noch mal Jetzt haben wir schon dieses Erzvorkommen auch Diesen Erzbruch bei uns Ne Im Lager Aber das bringt irgendwie auch nicht so viel Habe ich das Gefühl Ich glaube Das bringt jetzt auch nicht mehr so viel Die hier zu fangen Wenn man den Fangbonus Voll hat Oder Dann geben die auch nicht mehr so viel Erfahrung Doch Oh Uns fehlt noch Moment Wo ist der andere Gummo Ein Gummo fehlt uns sogar noch So Jetzt haben wir die Gummos erst voll Aha Und jetzt könnten wir natürlich noch mal Wenn wir einen Gummo noch mal finden Das mal testen Wie viel Erfahrung das dann gibt Aber jetzt gehen wir einmal auf Werte Angriff ist eigentlich schon krass Oder Gewicht ist okay Ausdauer Oder Also Ausdauer finde ich eigentlich auch nicht so verkehrt Wir gehen auf LP nochmal Schwupp Okay Technologien verfügbar Aber Natürlich Natürlich Muskete Angriff 1000 Jetzt können wir uns auch Schusswaffen Ja schön Wenn wir hochwertiges Palöl hätten Glaube ich jetzt nicht Dass wir das haben Eine dekorative Einrichtung Macht sich gut Okay 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 So Da ist noch ein bisschen Erz Am besten noch einen Fuchs Auf dem Weg jetzt finden Und einen Gummo Nochmal versuchen zu fangen Obwohl wir können eigentlich auch mal Schaf testweise fangen Oder sowas Weil die Haben wir ja auch schon voll Dann können wir mal gucken Wie viel Erfahrung die geben Oder so Die 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 So Ja Ach komm wir laufen eben einmal Die Megasphären sind dann nämlich auch fertig Das ist gut So Kativa hatten wir voll Oder Genau Kativa ist complete Der Chicken ist Aha Das noch einer Okay Jetzt machen wir Dann machen wir das zweimal mit denen hier Nein Nicht sterben Ja perfekt Auch complete Wunderbar Hm Das ist nur die Frage Jetzt haben wir nur noch 5 Gigasphären Das ist es eigentlich nicht wert Ah Hier liegt noch eine normale Sphäre Das ist gut Äh Das heißt Wir gehen einmal auf Was ist mit dem Pinguin Oh nein Okay Das ist noch nicht complete Oh nein Stopp Das war jetzt complete Wie viel Erfahrung gibt das denn? Ja Nach Oh Gott Nachdem das dann complete ist Macht das so gar keinen Sinn mehr Leider Äh Die Palt zu fangen Also wir machen dann einmal die Ja wir machen dann am besten einmal die Kommt die 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 Fangserie komplett Und dann Ja war es halt auch Oh der große Erz kommt direkt in der Nähe Ist wieder da Dann machen wir den nehmen wir den auch auf jeden Fall noch einmal mit Nachdem wir unsere Taschen jetzt einmal geleert haben Gleich Die ist halt einfach notwendig Nein Nein ich will das doch gar nicht mitnehmen Okay Moment Davon alles weg Davon alles weg Davon alles weg Die sind fertig Dann geben wir den Rest nochmal in maximal in Produktion Dann Oh Oh Baut einer das bleibt, das bleibt. Ja, der Rest bleibt eigentlich alles. Hier mal nochmal 30 hier in Produktion. Die Nägel sind fertig. Optimal. Hinterhakenpistole. Die haben wir schon... Moment. Die haben wir schon mal erforscht? Echt jetzt? Haben wir das gemacht? Ja, offenbar. Ui. Ja, aber da brauchen wir halt das eine antike Bauteil für. Ja, okay. Erforscht haben wir das. Ich würde das eine antike Bauteil vielleicht einmal noch sammeln wollen für den Brutkasten. Alter. Unser Sweeper brennt. Oh no. Durchs Feuer gerannt. Okay, die sind fertig. Was fehlt uns jetzt noch? Eigentlich gar nicht mehr viel. Wir haben... Wir haben zwölf. Ja, wir brauchen halt viel mehr, ne? Boah. Maximal sind nochmal sechs. Aber auch nur, weil wir dann erstmal kein Holz mehr haben. Was wir sofort ändern können. Ach, und wir wollten die anderen Erz nochmal schnell nehmen. So, das Holz nehmen wir einmal mit. Packen das in die Truhen. So. Ist ja eigentlich immer schnell... Also Holz ist halt auch schnell gesammelt, ne? Die Bäume... Oh. Wachsen auch glücklicherweise ziemlich schnell nach. Aber was wir auf jeden Fall einmal jetzt nochmal ausnutzen müssen ist... Das ist so vielleicht dann auch wieder da. Sieht nicht so aus, aber... Der ist große... Der große Erzbrocken hier ist wieder da. Also nehmen wir den einmal mit. Moment. Einmal gucken, was wir machen können, um... Unser Lager nochmal zu verbessern. Vielleicht können wir unser Lager ja schon wieder verbessern durch irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was wir jetzt dadurch... Dafür machen müssen. Dann hätten wir noch wieder ein paar mehr im Lager. Nochmal bessere Arbeit. Mehr Arbeit. So. Auf jeden Fall... Wäre das nice. Kitty! Danke für deinen Raid! Wie war dein Stream? Hi. Schön, dass du da bist. Moin! So. Oh. Wird dunkel. Wird aber schnell dunkel. Hm. Wie wir einfach unendlich Stoff haben. Da brechen wir einmal kurz ab. Jetzt machen wir nochmal alles voll hier. Maximal nochmal 19 herstellen. Jawohl. Was brauchen wir für die Lagerverbesserung? Nochmal... Waffenwerkbank bauen. Waffenwerkbank bauen. Oh, okay. Cloud läuft jetzt nur noch in Badeschorts rum. Nice. Das gefällt, oder? Waffen... 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 W gallery... Ah, da. Waffenwerkbank. Wo können wir die hin? Ach so. Genau. Über B, ne? Waffenwerkbank. Ähm, ja, wo stellen wir die jetzt immer noch? Püff. Hat hier noch irgendwie Platz? Nee. Joa, du. Passt die hier hin? Ja, komm, dann go. So. Die Werkzeug... Der Werkzeugkasten. Worüber können wir den Werkzeugkasten herstellen? Auch über B? Da, tatsächlich. Nicht genügend Material. Wir brauchen Metallbaren, die sind in der Mache. Und Holz. War schon wieder kein Holz? Moment, immer... Warum denn immer kein Holz? So. Ui, jetzt sind wir schon wieder... Ha, 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 so. Nein, Metallbaren. Äh. 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 Sind gleich da. Wir brauchen nur ein paar Barren. Jetzt sind wir noch schwerer. Aber ist egal. Jetzt können wir... Huh. Können wir nicht. Oh. Äh. Na gut. Scheiße. Müssen wir uns langsam, aber sicher in Richtung Truhe bewegen. Wir können es schaffen. Ja, wir können unsere Pfeilbox auch verbessern. Nice. So. Äh. Nein, wo ist unser Holz? Okay. Wir nehmen das einmal, packen das hier rein. Wir nehmen das einmal, packen das da rein. Jetzt kommen wir uns wieder wenigstens schneller. Bewegen. So. Die sind auch fertig. Wir brauchen einfach... Können nochmal 10 herstellen. Aber das ist... Boah, das verbraucht so viel Metallbarren und so viel Holz, ey. Wir brauchen die Barren eigentlich für... Dann haben wir auch nicht mehr viele Paldiumbruchstücke. Okay. Sollte jetzt eigentlich auch nicht das große Problem sein. Dann machen wir jetzt alles, wenn es nacht ist. Ist egal. Paldiumbruchstücke kriegen wir eigentlich easy hier rüber, ne? Sollte jetzt nicht das Problem werden, die Paldiumbruchstücke zu farmen. Und gleich nicht vergessen... Die Pfeilbox zu verbessern. Sind die denn schwer? Ja, für... Na gut, einer wiegt einen. Einer wiegt eins. Wie läuft denn so mit den Paldiumbruchstücke? Ich denke, ganz gut. Hoffe ich doch mal. Ich glaube schon. Macht auf jeden Fall immer noch Bock, das Spiel. Wir haben gerade den ersten Dungeon gemacht. Gut, wir waren auch ein bisschen überlevelt für den Dungeon. Aber der Kampf am Ende war doch recht knackig. Obwohl das Paldium-11 war. Aber das Spiel macht halt unnormal Laune, ne? Da kann man halt nichts sagen. Ich denke, läuft ganz gut. Haben immer chronisch zu wenig Sphären irgendwie. Aber ja. Und immer auch Erz. Chronisch zu wenig Erz. Ja, Lagerverbesserung. Go. Setze ein Pald für Arbeiten im Lager ein. Baue Pald Flauschbett. 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 Strohbett. Flauschbett. Wie jetzt? Haben wir schon längst eine gemütlichere Variante. Für unsere Palds. Und ich habe das gar nicht gecheckt. Pald Flauschbett. Pald Flauschbett. Ey, er ist bei 24. Okay, das dauert noch ein bisschen. Dann machen wir erstmal noch ein normales Strohbett. Für den nächsten Pald, den wir einbügen. Blub. Es gibt. Es gibt. Sage ich doch. Ja, das Spiel ist super gut. Super, super gut. Es gibt drei für die Palds. Nur zwei für uns. Achso, die Betten. Ja, okay. Wir können aber einen neuen Pald reinsetzen. Jetzt ist halt die Frage. Was haben wir noch nicht drin? Oder was würde Sinn machen, noch reinzutun? Ich glaube, ein Bergarbeiter wäre nochmal nicht verkehrt. Verkehrt, ne? Wir haben nur einen Bergarbeiter drin. Das erklärt auch, warum wir... Ne, zwei. Trotzdem, nochmal ein Bergarbeiter wäre nicht verkehrt, ne? Damit wir mal auch... Damit der Erdbruch auch mal regelmäßig in Verwendung, in Verwendung kommt, oder? Am besten einen, der Bergarbeiter 2 hat oder so. Aber ich glaube, davon haben wir niemanden, ne? Irgendeine Weiterentwicklung. Der dann irgendwie mal besser ist. Nur Kativa, ne? Die haben alle... Handwerksmeister. Okay, den sollten wir... Das Kativa sollten wir vielleicht mit reinnehmen. Ja. Ja. So. Jetzt haben sie auf jeden Fall alle ein Strohbett. Wir haben zwölf Piles drin, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Genau. Wir haben immer ein passendes Bett dafür gebaut. So. Wir wollen auf jeden Fall gleich nochmal das... Oder was heißt nochmal? Zum ersten Mal dann eher gesagt das Alpha-Chillette wollen wir mal probieren. Das ist auf jeden Fall mal Sache so. Aber was wollten wir noch herstellen? So. Jetzt gucken wir einmal... Oh. Wird schon wieder hell. Wir haben die Nacht durchgearbeitet. Arme, ärmste Piles der Welt. Ja, schau mal. Jetzt ist hier immer einer beim Erd. Und es dauert ewig. Bis das Erd... Naja, okay. Okay. Besser als nix. Beim Steinbruch ist... Naja. Das geht schon relativ schneller. Das Holz wird auch eigentlich regelmäßig bearbeitet. Dachte ich zumindest. Und wir haben schon wieder kein Erd mehr für Bachen. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Okay. Bevor wir jetzt abhauen und das Alpha-Chillette suchen... Wir haben... Ich hab das Gefühl, wir haben schon wieder irgendwas vergessen. Wir wollten bestimmt nochmal... Achso, die Nägel. Oh Gott, die Nägel sind schwer. Ey, wir lassen die Nägel ein. Nicht durchs Feuer rennen. Oh mein Gott. Äh, äh. Nein. Nein. Au, au, au. Wuhuui. So. Fuck. Armes Schild. So. Äh, genau. Es ist ganz wichtig, Palsphären mitzunehmen. Ach. Nur noch drei Steine. Gut, das können wir schnell ändern. Jupp. Dann können wir nochmal... Es macht eigentlich keinen Sinn, ne? Es macht eigentlich, glaube ich, keinen Sinn, die normalen Palsphären herzustellen, weil die einfach... Weil die einfach nicht mehr stark genug sind für die Pals, die wir brauchen oder mittlerweile fangen können. Aber wir stellen einfach mal... ... ... Und wir stellen einfach mal...